Nein, nein, dann ruf jetzt bitte mal an. Ich ruf da jetzt mal an. Sag mal, ich frage an die Presseabteilung, wer sind hier selber der Videokeller von Mainz? Hast du die Nummer vom Schiri? Weil das war kein Elfer. Ich würde gerne, ich würde hier, hallo, Videoschiedsrichter. So, wir gucken jetzt, Achtung, warte mal, er nimmt ihn erstmal nicht zurück, Ose Gorbic gegen Flo Müller. Ja, und komm, ich war mich jetzt mal unbeliebt. Also ganz unverdient ist dieses 0 zu 1 nicht. Aber er hätte ja mal in die Review-Area kommen können, hier hoch zu uns zum Beispiel und sich das mal angeben können. Ja, aber den Schuh musst du dir anziehen, weil du hast sie nicht angerufen. Wie soll er das wissen? Mein Handy ist eine Erkusale. Ja, das habe ich mir gedacht. So, können wir hier ganz gucken. Also den hat er schon frech verwandelt. Genau in die Mitte geschossen. Flo Müller taucht natürlich in eine Ecke ab. Aber jetzt haben wir das 1 zu 0 für den SV Darmstadt. Und dann haben wir das 1 zu 0 für den SV Darmstadt. Und dann haben wir das 1 zu 0 für den SV Darmstadt. Und dann haben wir das 1 zu 0 für den SV Darmstadt. Und dann haben wir das 1 zu 0 für den SV Darmstadt. Und dann haben wir das 1 zu 0 für den SV Darmstadt. Und dann haben wir das 1 zu 0 für den SV Darmstadt. Und dann haben wir das 1 zu 0 für den SV Darmstadt. Und dann haben wir das 1 zu 0 für den SV Darmstadt. Und dann haben wir das 1 zu 0 für den SV Darmstadt. Und dann haben wir das 1 zu 0 für den SV Darmstadt. Und dann haben wir das 1 zu 0 für den SV Darmstadt. Und dann haben wir das 1 zu 0 für den SV Darmstadt. Und dann haben wir das 1 zu 0 für den SV Darmstadt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dobro to ausgült, gol ist. 44. Minut, Ognjeno Žegović na centra-schut, Nemanje Gmiletića, Partizan, удар 2-0. Vor centra-schut, Nemanje Gmiletića, usteo je da se izvori za Loptu. Partizan da smanji boks u Srbine zvrde, sada već u 98. minuta. Loptu je namestio prvo Ognjeno Žegović. Da vidimo, Žegović i Borjan. Ožegović, kroz sredinu, i to je 2-1. 2-1, i sada tu incidenti, Neda Boren Loptu za Letovićo-Žegović, pa sada i Suma. Sada se ponovo tu svašta dešava. Žure, naravno, igrači Partizana. Pitanje, uduše, koliko ima vremena, da li opšte ima vremena da se odigre, što i minut, sada Maltene tuča tu. Igrača, dva tima. Pre nervozan, sada i Suma. Može biti nezgodno za Golmane, iako je malo i stala ova kiša, ali je veći teren je natopljen. Ukoliko Lopta odskoči, ukoliko se napravi takozvano žabica, može da prevori Golmana. Tutirać je Pantić, verovatno. Pantić je vudarac i evo gola. Evo gola, neko je zakračio Lopta, mislim da je o Žegović. U devetom minutu, na isteku tog devetog minuta, Partizan je došao do vodstva. Ognjeno Žegović, njegov osmi gol ovo sezone u šampionatu za Partizan. Očigledno je zakačio Ožegović Loptu. Ankovića nije Zolšjević napravio penalu, moja beška, izvinjavam se, već drugi igrač borca sa brojem 15-a je bio Miloš Perišić. I sada Ožegović šutira jedan esterac. Ožegović vara Mišića i Partizan vodi 3-0. Ožegović još jednom Partizan na ovom meču, a i još jednom ove se donese sa bele tačke. I Partizan sada već ima veliku prednost, identičnu onoji koju ucaži. Četvrti minuti u toku. Jedan esterac za Partizan. Lopdu je namestio Ognjen Ožegović. I jedan nula. Vodi Partizan. Na isteku četvrtog minuta Srpski šampion stiže do prednosti. Šesti ligački pogledak Ognjena Ožegovića. Momako je sredinoma Marta bio strelac u kuku Srbije u meču u kojem je Partizan savladao. Javor Matiz 2-0. A bio je strelac i u susretu sa svojim bivišim klubom. Ili ti proti svog bivišeg kluba kako god. Čukaj.